Meine Lieben, ihr werdet belogen, 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 belogen. Es ist im Moment nicht Russland der Feind, sondern Amerika. Was will die denn die Polizei spielen? Wie viele Millionen von Indianern haben die niedergemetzelt? Auf grausame Weise. Wenn ihr wisst, was die alles mit Atombomben, all mit so Sachen und geheimen Sachen machen, wo der Mensch keine Ahnung hat, überall wo sie hingehen und zurückgehen, ist ein Fiasko. Sicher, Irak und weiß ich was, die haben auch ihre Diktatoren gehabt und es war nicht immer nur das Ideal und haben auch gelitten. Aber nie so wie jetzt, seit Amerika dort scheinbar aufgeräumt hat. Ihr könnt überall hinschauen. Überall wo sie waren, ist Krieg, Krieg, Bruderkrieg. Und was tun sie dagegen? Nein, man schickt Europa, sie sollen da wieder aufbauen. Sie wollen Krieg. Sie wollen Krieg. Amerika ist so in Schulden. In die Billionen Schulden. Und nur noch durch Waffenverkauf und Bussen im ganzen internationalen VW-Abgas-Ding, überall mischen sie sich rein, verlangen Bussen, Riesenbeträge, weil sie brauchen Geld. Das grosse Geld haben sie ja in China. Bekommen noch. Ich sagte, es kann sagen, es politisierte wieder. Aber wenn ich sehe, dass die Menschheit nicht mehr merkt, dass das der Böse dahinter steckt, für den Bösen sind wir verantwortlich. Also haben wir die Waffen. Und das ist auch eine, dieser Rosenkranz. ... ... ... ... . Vielen Dank.